Für die RWTH ist grundsätzlich ja das ganze Thema Gründen, aber mehr der Technologietransfer sehr, sehr wichtig. Und wir fassen das Thema Gründen jetzt auf der RWTH-Ebene eigentlich mit vier Säulen an und sagen, das muss in der Strategie der RWTH verankert sein. Dann wollen wir noch breiter in die Fakultäten hineingehen. Wir wollen dann noch eine stärkere Verzahnung des Technologietransfers und des Gründerzentrums erreichen und das Netzwerk, was um die RWTH herum ist, auch noch fördern, damit die unseren Gründern Beiträge liefern. Wir sind Teil der sogenannten Gründerregion und in der Gründerregion sitzen eigentlich die maßgeblichen Akteure quasi der Stadt und der Region zusammen. Der Oberbürgermeister kommt regelmäßig zu den Treffen der Gründerregion. Die HK ist dort, die Banken sind dort und wir besprechen eigentlich gemeinsam, wie wir das Gründen weiter hier fördern können, wie wir die Unternehmen, aber auch wenn sie gegründet sind, danach noch fördern können, damit sie überleben. Aufgaben und Gründerzentrums sind Gründer zu mobilisieren, sie zu trainieren und sie zu coachen. Also zu gucken, ob es hier unter den vielen Ingenieuren, Naturwissenschaften Leute gibt, die gründen wollen, die vielleicht auch etwas Spannendes haben an Technologie, die dann so ein bisschen ranzuführen, indem man ihnen erstmal so ein allgemeines Training gibt. Und wenn das dann wirklich konkret wird, muss man ja individuell coachen. Und daraus sollen idealerweise Unternehmen hervorgehen. Also konkret in der Mobilisierung gehen wir vor allem natürlich in die Breite und versuchen an vielen, vielen Stellen zu hinterlassen, was Gründen eigentlich ist. Das fängt in Vorlesungen an, aber das ist auch zusammen mit dem Technologietransfer, der natürlich mit seinen Scouts sehr, sehr viel mit Forschern arbeitet und einfach den Forschern und den Ingenieuren, den Naturwissenschaftlern näher bringt, was Gründen eigentlich überhaupt bedeuten könnte. Also ich arbeite als Innovationsscout beim Technologietransfer und dabei beschäftigen wir uns um die Erfindungen, die an der Hochschule entstehen, die an den Instituten entstehen und versuchen natürlich die Erfindungen dann auch zu schützen, in Form von einer Patentanmeldung zum Beispiel. Und auch ein Teil von den Aufgaben ist es natürlich, die Patente, die Patentanmeldungen nachher zu verwerten. Eine mögliche Form der Verwertung ist natürlich dann auch eine Ausgründung, dass halt die Patente, das Schutzrecht sozusagen in die Ausgründung hineinwandelt. Teilweise kommen die Leute direkt auf uns zu, weil sie uns kennen, weil sie aus unserem Netzwerk sind. Aber andererseits machen wir auch das Scouting, Innovationsscout sozusagen, und gehen proaktiv auf die Institute, auf die Professoren, auf die wissenschaftlichen Mitarbeiter zu und reden mit denen über Technologien, über neue Erkenntnisse und gucken, was man da mitmachen kann. Wir sind insgesamt mittlerweile 13 Leute und wir haben vier Innovationsscouts, also vier Leute, die hier über den Campus durch die Hochschule laufen und sich neue Technologien anschauen. Also der klassische Weg der Gründung aus so einer Hochschule wie der Erwittianer Technologischen Hochschule ist, dass an einem Lehrstuhl oder einem Institut Technologie entwickelt wird. So Amphos ist ein typisches Beispiel. Am Lasertechnikinstitut wurde eben der Kurzpulslaser entwickelt. Und man hat gesehen, den kann man auch verwenden für Messungen beispielsweise in der Industrie oder zur Bearbeitung von Glas. Und da wird er jetzt kommerziell eingesetzt. Und da hat man eben ein Unternehmen gegründet, was das dann auch macht. Und das Lasertechnikinstitut ist sehr, sehr aktiv da drin. Der Kollege Poprabe unterstützt Gründungen sehr, sehr stark. Das ist der sehr typische, klassische Weg aus der Hochschule heraus. Der zweite ist, kommt eher aus der Studierendenschaft heraus. Das findet hier statt regelmäßig der sogenannte Three-Day-Startup-Wochenende. Das heißt, an drei Tagen kommen Studenten zusammen und beschäftigen sich mit Unternehmensideen. Und da sind Studierende aus der RWTH, aber auch aus Hamburg und woanders hier zusammengekommen. Und die haben innerhalb dieser drei Tage diese Idee von Tamaika entwickelt. Und gesagt, wir müssen doch eigentlich so eine Carsharing-Plattform entwickeln. Und an dem Sonntagabend stand fest, wir gründen das Unternehmen. Das hat auch stattgefunden, das wurde gegründet. Und ist ja auch erfolgreich jetzt in den Markt gegangen und als Carsharing-Unternehmen auch sehr aktiv. Und der dritte Weg, der ist nicht wirklich klassisch, aber das ist jetzt, was wir neu entwickelt haben, ist, dass ein großes Unternehmen auf uns zukommt und sagt, wir haben eine Technologie. Wir wollen sie eigentlich nicht mehr haben. Wir haben sie aussortiert. Könnt ihr nicht was damit anfangen? Ihr habt doch die Leute. Und wir haben die Leute und Kapital gesucht, haben die Technologie genommen und diese zu einem Unternehmen gemacht. Und das ist eben die MHR. Unsere Firma heißt Medical Adhesive Revolution GmbH. Wir sind eine Technologiefirma, die sich mit der Entwicklung und der Vermarktung von medizinischen Produkten beschäftigt. Unser Hauptprodukt ist ein medizinischer Wundkleber, mit dem man Wunden auf der Haut verschließen kann, aber auch im Körper. Wir haben die Firma 2013 gegründet, im Herbst. Hatten dann 2014, haben wir die erste Finanzierungsrunde machen können. Damit waren wir für zwei Jahre finanziert und konnten dann im April 2014 konnten wir den RISE Business Plan Competition in den USA gewinnen. Das ist der weltweit größte Business Plan Wettbewerb. Wir haben dadurch eine halbe Million US-Dollar an direkten Preisgeldern bekommen, die wir dann aber in Verhandlungen mit den amerikanischen Interessenten noch auf eine richtige Finanzierungsrunde auf zweieinhalb Millionen US-Dollar ausweiten konnten. Ich glaube, was die RWTH an sich halt auch einfach zur Verfügung stellt, ist, dass es ein großer Name ist. Also wenn man damit loszieht und sagt, ich habe eine Idee der RWTH, dann sind die Türen nicht erstmal verschlossen. Also alle Türen gehen schwer auf, wenn man dann als Gründer unterwegs ist, aber vielleicht ein bisschen leichter, wenn man halt so eine Institution im Rücken hat. Also die Unterstützung durch die RWTH ist eigentlich fortlaufend. Auch nach der Gründung sind wir mit den verschiedenen Institutionen dauerhaften Kontakt. Für uns ist es eigentlich eine optimale Situation, hier an diesem Technologiestandort zu sein, weil die RWTH mit ihren technischen Studenten eine sehr gute Basis für gut ausgebildete Mitarbeiter für uns bietet an erster Stelle. Aber halt auch, dass wir mit den verschiedenen Instituten der Universität halt auch Projekte zusammen durchführen können. Wir haben für 2013 die konkreten Gründungszahlen erfasst. Das waren ungefähr 45 Ausgründungen aus der RWTH in die Region. Was außerhalb der Region stattfindet, können wir sehr, sehr schwer erfassen. Wir machen das mit der IHK zusammen. Das resultiert auf so ungefähr 200 intensiveren Coachings und insgesamt haben wir so ungefähr 2000 Kontakte, denen wir das Gründen pro Jahr etwas näher bringen. Das heißt, 2000 auf 200 auf 45, das ist so die Zahl in 2013 gewesen. Dann haben wir in der letzten IHK-Studie erfasst, dass diese Unternehmen, die aus der RWTH hervorgehen, im Durchschnitt etwa über die Zeit 25 Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, wenn man 40 mal oder 45 mal 25 hochrechnet, dann kommt man ja auf ungefähr 1000 Arbeitsplätze, die über die Zeit geschaffen werden. Das ist ein erheblicher Wirtschaftsfaktor für die ganze Stadt. Und insofern hat die RWTH einfach für die Arbeitsplätze, die in der Stadt entstehen, einen erheblichen Beitrag inzwischen. Das ist ein erheblicher Beitrag. Das ist ein erheblicher Beitrag. Das ist ein erheblicher Beitrag.